Georg Eilert war ein deutscher Schauspieler, Rundfunk- und Synchronsprecher, Leben. Nach dem Abitur studierte Eilert zunächst Medizin in Greifswald. Während seines Studiums wurde er Mitglied der Sängerverbindung Gosche-Greifswald. Später begann er ein Studium der Rechtswissenschaften, das 1925 mit der Arbeit die wirtschaftliche Lage der Vorpommerschen Theater und ihrer Angehörigen mit der Promotion abschloss. Bereits während seiner Studienzeit begann er sich für die Tätigkeit des Schauspielers zu interessieren und trat an verschiedenen Bühnen in Regensburg, Halle und Berlin auf. Daneben wirkte er als Sprecher für Hörspiel und Synchronisation sowie als Erzähler für Dokumentationen, so Z.B. 1937 für deutsche Siege in drei Erdteilen über den Rennfahrer Bernd Rosemeyer. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs zog Eilert nach Hamburg, wo er sein Berufsfeld weitestgehend auf den Rundfunk verlagerte. Eilert wirkte als Radiokommentator und sprach Reportagen für NDR, WDR und Radio Bremen. Als Hörspielsprecher konnte man ihn in unzähligen Produktionen, meistens in Haupt- und größeren Nebenrollen erleben. So sprach er in dem ersten Durbridge-Mehrteiler Paul Tempel und die Affäre Gregory den Part von Sir Graham Forbes von Scotland Yard. Dennoch trat er ab 1949 regelmäßig als Schauspieler in Film- und Fernsehproduktionen in Erscheinung. Er spielte neben Hans Albers in Das Herz von Sankt Pauli in Klaus Huberlecks Kriegsdrama Stalingrad in Egon Monks Ost-West-Drama Preis der Freiheit und unter der Regie von Dieter Wedel in Gedenktag. Er verkörperte den Generaloberst Ludwig Beck in Peter Schulze Ross der 21. Juli. Darüber hinaus absolvierte er Gastauftritte in Fernsehserien und Reihen wie die Unverbesserlichen, Hafenpolizei und der Dort. Einem breiten Publikum wurde er durch die Rolle des Lord Richters Archibald Parkinson aus dem Exzentrik-Club bekannt, die er zwischen 1969 und 1972 für die Serie Percy Stuart spielte. Eilerts letzter Fernsehauftritt erfolgte 1977 in einer Adaption von Dostoyevsky's Dämonen. Filmografie 1949 Das Fräulein und der Vagabund 1954 Geständnis unter vier Augen 1955 Ingrid die Geschichte eines Fotomodells 1957 Das Herz von Sankt Pauli 1963 Stalingrad 1964 Der Prozess Karl von O. 1966 Preis der Freiheit 1966 Die Ermittlung 1966 Hafenpolizei der Stuart 1967 Die Unverbesserlichen und ihr Optimismus 1968 Die Unverbesserlichen und ihre Sorgen 1969 zu 1972 Percy Stuart 1970 Gedenktag 1972 Tatort Strandgut 1972 Der 21 Juli 1977 Die Dämonen Hörspiele 1946 Das Triptychon von den Heiligen Drei Königen Regie Günther Schnabel mit Erwin Linder 1948 Stalingrad Regie Ludwig Krämer mit Erwin Linder 1949 Stern Schnuppen Regie Gustav Burmester mit Edith Schneider 1949 1949 Paul Tempel und die Affäre Grigory Regie Eduard Herrmann Fritz Schröder-Jan mit René Deltgen 1949 Der Krater Regie Fritz Schröder-Jan mit Eduard Marx 1950 Thora und Galuth Zerstörung Jerusalems Regie Heinrich Ockel mit Eduard Marx 1951 Der Weg zum Weltraumschiff Regie Fritz Schröder-Jan mit Heinz Pieper 1954 Licht über der Küste Regie Karl Nagel mit Heinz Klingenberg 1956 Akte 414 Wilhelm Vogt Regie Kurt Reis mit Willi Mertens 1958 Anne Frank Spur eines Kindes Regie Fritz Schröder-Jan mit Gustel Hallenke 1959 Gestatten Mein Name ist Cox Mord auf Gepäck Schein 3311 Regie S.O. Wagner mit Erwin Linder 1960 Der Turm der Winde Regie S.O. Wagner mit Peter Lehmbrock 1960 Die Reise in die Zeit Regie S.O. Wagner mit Karl Karl Fleischer 1961 Die Zeiten ändern sich Regie Oswald Döpke mit Ernst Friedrich Lichtennecker 1962 Die Schatzinsel Regie Otto Kurt mit Andreas von der Meden 1963 Die traurige Geschichte von Friedrich dem Großen Regie Gerhard Lippert mit Hermann Schoenberg Charlotte Kramm Die Schatzinsel Die Schatzinsel Die Schatzinsel Die Schatzinsel